Ja, hallo Leute, hier wieder euer Tozo mit Let's Play Fables 2, Good Girl, und wir sind hier bei der Kascheme in Okwer, ja, und nehmen da mal kurz die Arbeit an, das hatten wir noch nicht, glaube ich, Holzhacken habe ich euch gezeigt, Schmieden glaube ich auch, und was muss ich da jetzt machen? Oh ja, drück A zum Ausschenken und B meine Arbeit. Aha, so funktioniert das, das hatte ich ja auch schon in Erinnerung, anscheinend ist das gar nicht so übel, weil wir sind hier noch auf dem Warten, weil wir wollen ja den Tempel des Lichts nochmal spenden. Und ja, da gibt es keine Möglichkeit zu schlafen, wir haben da noch kein Haus gekauft, und ich denke mal, zum Mittag, also high noon, müsste die Sonne doch am höchsten stehen. Genau die richtige Menge Schaum. Und da bittet es sich doch an, gleich einmal da in der Nacht, da in der Kascheme, weil es zu arbeiten. Man sagt, Geschenke seien Ausdruck echter Gefühle. Seht euch den Schaum an, herrlich. Ja, das wird jetzt ewig gehen, ich werde jetzt kurz schneiden, bis die Sonne aufgeht, und dann sehen wir weiter, okay. Ja, so, wir sind jetzt Wirtin der Stufe 3 Stern, okay, gut. Damit kann man auch auf Dauer gut Geld verdienen, ist zwar ein wenig öd, aber ist noch am leichtesten, finde ich, von allen. Und wir schauen jetzt kurz einmal darauf, wie spät ist es denn, 8.51 Uhr? Oh, der Ring kann man sich nicht verloben. Nur so ein Tipp. Ja, ich habe da auch in Erfahrung gebracht, hier muss es doch irgendwo ein Dämonentor geben, wo wir uns mit einem liebsten treppen, ja. Aber, das werden wir schon noch hinbekommen, irgendwie, ja. So, und jetzt schauen wir, ob wir da endlich, wir haben noch Zeit bis 12, wir laufen da hinten herum, wir müssten ja auch noch irgendwo Käfer sein. Gar nichts. Naja, egal. Jetzt bin ich gespannt, ob wir da rechtzeitig hinkommen, und da oben ist doch was. Ja, klar. Haben wir es gefunden. Wir haben noch ein wenig Zeit. Wir müssen uns da irgendwo eine Hütte kaufen. Eine verdünnte Wildenskraft, perfekt, ja. Der ist nämlich extrem teuer, der verdünnte. Ah, der bringt nicht so viel. Nur 500. Da gibt es noch bessere, die 2500 bringen, ja. Darum am Anfang immer etwas investieren in Immobilien, um Geld zu kommen. Um an Geld zu kommen. Sorry, Leute. Und ja. So, wir schauen jetzt noch einmal auf die Uhr, ja. Wie spät ist es? 10.22 Uhr. Ja, und die Sonne, ich weiß auch nicht, wie. Hallo, erstmal alle miteinander, ja. Ja, die Sonne kommt schon dahin, ja. Das wird noch ein wenig dauern. Von euch wird mir ganz warm ums Herz. Und anderswo auch. Das ist mein liebster Mönch. Dank eurer Spenden können wir mehr Leuten das Licht bringen als zuvor. Ich nenne dich jetzt... Alles ist toll. Mönch Randy Andy. Okay, ja. Wir können da jetzt den umbenennen, glaube ich auch, ja. Spitznamen festlegen, das machen wir doch gleich, ja. Wir machen da gleich einmal groß und randy Andy draus, ja. Damit auch jeder weiß, womit das zu tun hat. Da gibt es keinen Bindestrich, gar nichts. Leer, dass der gibt es, ja. Okay, ja. Und wir sind da jetzt fertig. Perfekt. Mönch Randy Andy. Cool, man. Okay. Oh, das wollten wir doch gar nicht. Wir machen das gleich wieder. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. 11.15 Uhr. Jetzt müsste es dann bald passen, ne. Je größer die Spende, je heiliger die Belohnung. Ja, wir müssen noch ein wenig warten, schätze ich mal. 11.29 Uhr zur heiligen Stunde. Ah, das wandert da oder nicht? Ja, ich bin mir da nicht sicher. Das war beim letzten Mal, kann ich mir erinnern, beim Gamen auch so komisch. Aber, ja. 11.45 Uhr. Wir stellen uns da mal rein. Da ist ja das Licht am hellsten, ne. Jetzt. Gleich nochmal drauf schaut. 11.49 Uhr. Ja. Ich kann da gar nicht mehr. Ich will nicht sterben. Sorry, Leute. Komm, jetzt müssen wir spenden können. Gib uns doch irgendwas. Je größer. Je heiliger die Belohnung. So, und jetzt ist die heilige Stunde eher bald vorbei. Was ist denn los? Spendt man noch was? Ja. Wir hauen dann noch einmal was. 500 rein, ne. Kann ja nicht falsch sein. So, 500. Und das müsste dann auch schon mal reichen. Komm runter. Ja. 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 Ah, ja. Eure Spende war zwar großzügig, aber sie genügt leider nicht ganz den Erwartungen an eine Erntestifterin. Na, aber was jetzt? Ah. Ja, egal. Da müssen wir noch was tun. Wir setzen den als nächsten Quest, dass wir da reinkommen und zur nächsten Konversation und dann schauen wir weiter. Lädt altes Grab, kostbare Edelsteine geben hervorragende Geschenke ab, wenn man sie aber auch. Und wenn ihr euren Hund Tricks beibringt, kann er eure Ausdrucksmittel unterstützen. Genau. Ja, das werden wir dann auch nochmal machen. Einiges kann er ja schon gezielt pinkeln. Und bevor wir da reingehen, was ist da schon wieder? Stellen gibt es wieder neue. Wirtin. Ja, okay. Kopfgeldjägerin. Kopfgeldjägerin befreit Elbion von gefährlichen Kreaturen und Verbrechern. Oha, ja das wäre ja auch mal was. Verbleibende Tage zweimal. Das könnten wir dann machen. Wir quatschen aber zuerst noch in dieser Folge mit den zwei Mädels da vorne. Da vorne gibt es da was Neues. Noch was. Noch was. Ja, aha. Derzeitige Aufgabe spendet eine große Summe, wenn die mystische Sonne im Zenit steht. Genau, erledigt Aufgaben. Spendet dem Tempel des Lichts Gold. Spendet dann... Ah, okay. Gut, da werde ich mich noch schlau machen. So, jetzt haben wir schon tausend gespendet. Und noch einmal eine Info, irgendwo. Sonnenangebote. Tätowierer. Juwelier. Damenschneider. Waffen. Oakfield, ja. Fleischlandschmiede. Powerstone. Minus 50, da schauen wir hin. Okay. So, und jetzt aber hier. Dann hättet ihr meine Hilfe doch brauchen können. Ich hätte mitkommen sollen. Wir können Garth nicht Lucien überlassen. Du musst ihn da rausholen. Heißt das aus dem Turm? Wir wissen nicht mal, wie es darin aussieht, geschweige denn, wie man hineingelangt. Einer könnte es wissen. Als Lucien zum Turm ging, ließ er alle seine Lakaien zurück. Sein Butler, Jeeves, verbringt seine Zeit nun im Kuh und Korsett. Sein Butler, der hat sicher einiges mitbekommen. Wenn kein Weg an der Schenke vorbeiführt, müssen wir dieses Opfer bringen. Diese Aufgabe verlangt Geschick und Feingefühl. Damit seid ihr nicht gesegnet, Hämmer. Was soll dieses Anstarren? Ich hätte ein Nichts für Ungut erwartet. Okay, Hämmer. Ihr seid wohl wieder auf euch gestellt. Die Zeit ist knapp. Weiter. Rede mit Jeeves in der Schenke-Kuh und Korsett in Bowerstown. Okay, Theresa. Dann bleib ich wohl hier. Dann werde ich wohl mit meiner taktlosen Art einfach hier zurückbleiben. Komm, Mädel, mach da nichts draus. Du bist ja nette. Okay. Kuh und Korsett. Ja, ja. Hämmer, Schatze. Okay. Gut, wir reisen da jetzt. Wir müssen dort eh hin. Ja. Ja, wir müssen da blödsinn. Wir hätten ja gleich woanders durch Bauer-Tümpel reisen. So ein Schmarrn. Das war ja wirklich für ihn nichts. Wir tun mal Bauer-Stone-Market-Mucke rein. Und sollen wir da noch ein paar Vermöbeln vorher? Ja, nee, wir reisen gleich hin. Ja, Sonderangebote und dann gleich Bauer-Stone-Flash-Tümpel. Genau, dort können wir hinreisen. Und dann schauen wir gleich nach, ob der was hat und dann schauen wir gleich in die Kaschemme rein, ob der was weiß. Und dann nehmen wir noch ein Zusatz-Quest an. Und, 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 und. Ja, genau so. Und es ist natürlich schon wieder, ja, Kuhn-Korsett. Der Handel. Äh, Fahrrad ausfüllen. Wir brauchen, ja, Ziel setzen. Genau. Und wollt ihr? Nein, brauchen wir nicht, oder? Probieren wir es. Vielleicht setzt es uns genau unterfordert. Na, tut es nicht. Schon wieder eine Info stellen, ja. Alles Schmarrn. Kuh und Kassett. Da treibt sich jetzt niemand rum mehr auf der Straße. Wie spät ist es denn? Zwei Uhr mag es. Warum bringen wir nicht ein wenig Schwung in unsere Beziehung? Ja, wenn du so schüchtern bist und wegschaust. Ihre Liebe ruhig öfter mal zum Ausdruck. Die sind ja alle in den Kopf. Ich wette, ihr verliert nie viel, oder? Na, ich versuche es vielleicht trotzdem. Ist das der beste Ort der ganzen Welt, oder was? Was glaubt ihr denn? Nein! Wow, das steht euch wirklich gut. Sehr schön. Ich muss immer sagen, das nicht nur, weil ich hier bin. Ich liebe euch alle. Wir passen doch gut zusammen, oder? Wäre es nicht schöner, wenn wir Ringe tragen würden? Chiefs, Chiefs, wie heißt der Junge jetzt? Ich glaube, das ist Chives, ja? Nein, der reisende Harry. Oh ja, ich denke, niemand reicht an euch heran. Laden in Hamadding, den kennenlernen. Lastenträger, Alex. Das ist der Chives, glaube ich, ja? Ja, auch nicht reisender Tommy. Der ist oben irgendwo. Wir sehen das ja an der Schnur. Ah, ich grüße euch. Wollt ihr vielleicht eines meiner neuen Lieder hören? Ja, dann macht das doch gleich. Und dann machen wir das nächste Mal weiter, ja? Wer tut, als sei er etwas Besseres, macht sich unbeliebt. Doch ist es die Kunst, die allen Edlen etwas gibt. Für euch gibt's eine Statue, die viele meisterlich nennen. Durch die kann man die Heldin gut erkennen. Mit euren Tätowierungen? Ja! Mit Max und Sam kamen Ärger und Lärm. Untote wurden beschworen, beinahe waren alle verloren. Die Heldin kämpfte gegen Zombies an, was falsche Lektüre auch anrichten kann. Ein Geist voller Zorn war von Rache getrieben. Dabei wollte die Heldin nur aufrichtig lieben. Zwei Geister spuken jetzt in der Nacht. Daran sieht man, was fehlgeleitete Liebe macht. Die Heldin wollte den Magier erretten. Den düstere Schatten drohten zu ketten. Der Soldat entführte den Magier geschwind. Darüber nicht alle sehr glücklich sind. Großartig. Ja, Leute, finde ich ja cool. Der Junge kennt ja alle meine Storys. Ihr seid wirklich eine große Inspiration. Kommt ruhig wieder, wenn ihr es euch anders überlegt. Kommen wir. Wir brauchen einen Ring, um es offiziell zu machen. Also, für die Tageszeit ist es ja recht voll hier, ja? Ihr seid schon einzigartig. Ist okay. Wir machen hier einen Schnitt, wie immer, ja? Und machen dann mit der Story weiter das nächste Mal. Wer bist denn du? Hallo, Hühnerschreck. Du, Libby. Dann erzähle ich niemandem, dass ihr Damenunterwäsche tragen. Die macht auf Scheu ist weg. Ich habe Karten für den Hexenkessel. Also, wir trinken hier noch was. Und ich wünsche euch noch eine angenöme Nacht. Bis zum nächsten Mal, weil die quatschen da ja in einer Tour. Tosita, sehr fauler Sack. Und ich verabschiede uns jetzt. Bis dann, euer Toso. Ciao. Schlussstein ist das Spiel, das ihr spielen wollt. Vielen Dank.